Alter, komm ich jetzt eng. Nein, es kommt der Rewallenkopf, ich hätte Bescheid sollen. Nein. Ich habe ihn verdrängt. Bevor wir den Vokumaniger den Glück versuchst, möchte ich nochmal gegen mich kämpfen. Ein Tindermaster zieht ihn an jedem Kampf. Okay. Ich bin ja nur minimal, nicht darauf vorbereitet, gegen mich zu kämpfen. Hey, zwei meiner Pokémon sind besiegt. Dieses Pokémon hatte noch 2 KP. Oh, nicht ganz. Anna wie Dark war eigentlich das Gürtel halt verdeckt. Oh, wir kommen mit Sweetmeam mit Anna. Scheiße, jetzt geht's ab. Nein. Das ist nur was. Was Sprung und Stärke. Warum habe ich jetzt halt nicht der Facken gegeben? Da habe ich gepennt. Aber ich weiß nicht, das muss ich mir merken. Ja, Matchform bekommen, der wahrscheinlich noch weg. Ähm... Ich brauche... Ich brauche... Aua. Aua, 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 aua. Oh, guten Morgen. Hass. Und geparat. Ach so, weil ich geschlafen habe. Wow. Der war schlecht, Phoenix. Ich möchte auch Spiegel in die Evisoren mit allem. Das haben wir den übelsten. Thank you. Okay. Ähm... In dem Idealfall mache ich jetzt einen Angriff und der ist da oben. Komm hier, Flammenwurf, gib ihn und so. Erstmal den nicht effektiven Attacken benutzen. Ja, du hast einiges mehr, egal. Ähm... Wir noch talking about this. Und vergiftet. Ich will mir bald mein drittes Pokémon. Alter. Mmh. Mmh. Der crit. Ah. Ah, der crit. Ah. Wunderbar. Reicht die übertrankt überhaupt? Nee. Er hat zu viel Kp. Du bist tränke. 3 und 4 Kp. Das stimmt irgendwie so langsam. Das ist okay, weil du vergiftet bist. Alter, wir boosten dich jetzt nur noch ein bisschen mehr. Blast Time ist jetzt mein überkrasses Blitzer und es rängt jetzt den Blitzer. Ich erinnere mal an eine andere Spezialattacke für unser Blitzer. Und gemisst. Perfekt. Oh, die Tuna hat unser letzter Starter ein. Einer 10, ja. Das reicht mit Lagenkippe, das reicht immer nicht aus. Der hat zwei Quirtel im Team, warum, spiel please, Flammbor, Feuerwirbel, Schnabel und noch was hast, ne? Immerhin ohne Boost. Ohne hundertmal anders. Bin ich immer noch schneller? Nein. Nein, noch schlimmer. Kannst du auch ziehen oder was? Ich bin schneller, total Paralyse. Na komm, die Pokémon hat ja schon nicht mehr. Da, Flammenwurfen, go for it, ne? Und ich so, hey, lass mal nicht heilen. Hat der Legate feuchte Überholung gefliegen? Die Legate sind eine TM-Attacke und fliegen auch. Also hat sie ihnen das quasi beigebracht. Was böse wäre Toxin und Feuerwirbel? Echt gut, du hast mich mit einem einzigen Pokémon gesweept, obwohl zwei Pokémon down waren. Okay. Ich habe das Ziel meiner Reise erreicht. Da verdank ich dir ganz allein. Ja, das böse ist ein Buffset. Hä, es ist ein strahliges Männer, keine Schwester sehen sollen. Hier, eine Verzeichen meiner Dankbarkeit. Ampel? Ey, das ist sogar eine gut, ziemlich gute TM. Kann das Pizza lernen? Ich habe sehr großen Respekt. Respekt, Bruder! Yo Eastside! Jetzt erwarte ich auch, dass du dir den Titelschnaps entstempelst. Du kannst sehr stolz auf dein Team sein. Jetzt liegt es an dir, allen zu zeigen, dass du, dass dieser Verdienst ist. Also man sieht sich. Hey, Elektroattacke. Oh, es ist süßig. Perfekt. Nein! Oh, komm schon! Komm, wir finden, da ist noch irgendein Füße. Oh! Ich will einen Move finden. Ah, notfalls bringe ich ihr Watteschwit bei. Kann sie Watteschwit lernen? Ja, okay. Plan B Watteschwit. Na, komm. Ah, nächstes Jahr sie ist sehr speziell. Ah, sie brauchen Spezialangriff. Da war ja was. Da kann man sie nicht lernen. Bewegkraft. Sie braucht eine Spezialattacke. Empilien und Drachen. Ne, wir kennen das nicht. Ne, klar. Hallo, Siegfried, Blatt in Blut und sowas. Hey, wo gehöre Hydropumpe. Gesang. Alles klar, sie leer. Und. Watteschön. Ich brauche, also eigentlich brauche ich sowas wie, ich brauche halt eine richtige Boostattacke. Wollte auch nicht, ich wollte auch nicht Mina beibringen. Oh. Einen schönen Blitzer. Oh, ne schön. So. So. So, bämm. Da ist ja normalisch nach hinten gelaufen. Yo, 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 yo! Nein, ich meine, die witte ich nicht an. Bälle? Ja. Bälle? Ja. So, um den maximalen Cliffhanger-Effekt zu haben, machen wir jetzt hier kurz ne Pause, äh, 5 Minuten. Ich sagte für dieses Gegenteil mindestens einmal. Nein. Nein, wäre ich nicht. Ich bin nur entlesselt. Das ist aber eigentlich kein Problem. Deswegen gibt es jetzt hier gleich eine Mini-Pause. Ähm. Ja genau, schließt eure Wetten ab und so. Ähm, und zwar bis 19... Ah. 18. Muss auch nicht so zu lang. Ach komm, man muss auch nicht raus. Muss 19, 20. So, bäm. Hier. Alles klar. Dann, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, äh. Bis zum nächsten Mal. Sag dein Willis aus. Vielen Dank.